Was bitte sind das für Viecher? Ach, weißt du, in der letzten Zeit war alles etwas verrückt, aber dieses Picknick ist perfekt. Es ist genau das, was wir brauchten. Wo ist Ben, wenn man ihn braucht? Oh nein, was für ein Chaos. Sie zerstören den Park. Je wütender sie werden, desto gefährlicher werden sie auch. Wenn das so weitergeht, ist die ganze Welt in Gefahr. Die Welt in Gefahr? Also ist es Zeit für Helden. Sie finden das gar nicht merkwürdig? Da haben sie wohl recht. Zeit für etwas Insekten-Power. Diese Typen haben echt ein Problem mit Picknick-Körben. Oh, da war ein leckerer griechischer Salat drin. Komm schon, Ben, wo bleibst du? Hey, da ist er ja. Ben! Wow, es funktioniert. Was haben sie zu ihnen gesagt? Ach, nichts weiter. Nur ein paar fiese Witze über ihre Mütter. Billy Bob Goblins sind sehr empfindlich, was ihre Mütter angeht. Das müssten alle sein. Festhalten! Worauf du dich verlassen kannst. Na, wie gefällt ihnen das? Ich glaube, du hast sie alle erwischt. Was? Echt jetzt? Oh, Mann! Ich glaube, wir sollten einfach laufen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Im Ernst? Elegante Punktlandung. Tja, blöd gelaufen, Freundchen. Wer ist jetzt am Drücker? Reife Leistung, Kleiner. Ah! Schleichen Sie sich nicht so an! Entschuldige, aber was machen wir mit den Goblins, jetzt da wir sie alle haben? Ich habe sie alle zurück in ihr Dorf gebracht. Und nun bekommen sie ihre Privatsphäre. Tja, hoffen wir, dass es ihnen auch gefällt. Und jetzt? Glaube ich, steht noch eine Belohnung aus, nicht wahr? Überstürzt nur nichts. Soweit ich weiß, bist du noch nicht fertig. Nein, das geht noch nicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hätte auch mal ein paar abonnieren. Mit dir jetzt treiben. Damit ist das bitte nicht so. Ich hoffe, ich habe eine Pause. Ich hoffe, ich habe mich von mir, nämlich wenn wir es uns nicht tun. Und da bist du noch nicht. Vielen Dank.